Hier war die Grenze. Hier sind wir leichte Ziele für einen feindlichen Scharfschützen. Gute Sicht, offenes Gelände, da kann man nicht verfehlen. Okay, hilf mir. Wir haben noch drei nautische Meilen bis Bastholmen vor uns. Dort warten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit. Granvik, du erhältst die Inseln im Auge. Ja. Ed, du fährst voraus und check regelmäßig die Dicke des Eises. Ja, mach ich. Malik und Nülund, einer von euch ist immer vor und hinter mir. Hey, 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 hey. Vorsicht, das Eis wird nicht halten. Ein Seil, los, Bastholz, schneller. Wir brauchen die Kapsel. Ah, nein, 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 ey, lass uns.